Meine Seele dürstet. Ich sehne mich nach dem wahren Glück. Nach Sinn. Jemanden zu haben, der mich aufrichtet, wenn ich versagt habe. Ich sehne mich nach Treue. Okay zu sein, so wie ich bin. Jemanden zu haben, der meine Freude teilt. Nach der Mahnung meines Lebens. Nach Schönheit. Nach Frieden. Nach dem echten Leben. Kein Fake. Kenne ich meine Sehnsucht eigentlich? Oder habe ich Angst davor, weil sie wehtun könnte? Meine Seele dürstet. Aber nach was eigentlich? Es ist Jesus, den ihr sucht, wenn ihr vom Glück träumt. Er ist es, der auf euch wartet, wenn euch nichts von dem zufrieden stellt, was ihr vorfindet. Er ist die Schönheit, die euch so anzieht. Er ist es, der euch provoziert, mit jenem Durst nach Radikalität, der euch keine Anpassung an den Kompromiss erlaubt. Er ist es, der euch dazu drängt, die Masken abzulegen, die das Leben verfälschen. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht, die Sehnsucht aus eurem Leben des Großes zu machen. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht, die Sehnsucht aus eurem Leben des Großes zu machen. dann hörst du deineiversität hier! Wo hier sie verschlutzt, die sich in euch betakingen? Es ist ein Höggerstand, der ist ein волion Pen responsions, eine sanatorium für das Leben vor der Welt. Als wir US führen lassen, warte aide in euch ... Vielen Dank.